Hallo zusammen, Robin hier. Wir sind wieder da und nachdem wir die großartige neue Funktion Licht und Farbe verbessern mit ihrem leistungsstarken neuen maschinellen Lernmodell erkundet haben, die ihr euch in dieser Playlist hier oben ansehen könnt, tauchen wir in eine weitere durch maschinelles Lernen verbesserte Funktion ein. Vorher aber noch kurz den Hinweis, wenn du ein umfassendes Final Cut Pro Training in deutscher Sprache suchst, dann schau doch mal auf unserer Seite für weitere Infos vorbei. Link dazu auch in der Beschreibung. Diesmal geht es also um den durch maschinelles Lernen verbesserten Slow-Mo-Glatt-Algorithmus, der dafür sorgt, dass deine neu geteilten Clips noch beeindruckender aussehen. Schauen wir es uns an. Mit der Version 10.8 hat Apple dem Retiming von Final Cut Pro ein großes Update verpasst, insbesondere was die Qualität von Zeitluben angeht. Während Final Cut schon seit Tag 1 die Möglichkeit hat, eine optische Flussanalyse für das Retiming von Clips zu verwenden, hat Apple jetzt einen zusätzlichen Machine Learning, das heißt mit maschinelles Lernen verbesserten Algorithmus hinzugefügt. Dazu drücke ich einfach Command-R, um den Retime Editor des Clips aufzurufen. Im Pop-Up-Menü darüber siehst du, dass es neben den bereits verfügbaren Optionen Langsam, Schnell, Normal und Eigene ein neues Untermenü Slow-Mo-Glatt gibt. Hier kann ich genau wie bei der Kategorie Langsam aus drei Geschwindigkeitsvorgaben wählen. 50, 25 und 10 Prozent. Allerdings ist diese neue Methode nur unter Apple Silicon verfügbar, also M1, M2 etc. Macs und iPads. Wenn du also einen Intel Mac hast, kannst du diese Option leider nicht nutzen. Und selbst dann müssen Bilder, die größer als 1920 bei 1080 sind, analysiert und gerendert werden, um die volle Qualität in Echtzeit zu sehen, was ich so wie so immer mache. Außerdem ist für Bildgrößen über 4K ein Mac mit einem M2-Chip oder neuer erforderlich. Und die größte unterstützte Bildgröße für die Analyse ist 8K. Zum Vergleich nehmen wir zunächst die normale Langsameinstellung von 25 Prozent. Wobei je mehr du einen Clip verlangsamst, desto deutlicher wird natürlich die Veränderung, völlig unabhängig von der verwendeten Methode. Aber genau das ist es, was wir uns an dieser Stelle anschauen wollen. Der Clip, der ohne irgendeine Art von Qualitätsauswahl abgespielt wird, sieht so aus. Im Grunde unbrauchbar. Und warum ist das so? Nun, wenn wir das Menü für die Retiming-Option unter dem Viewer anschauen, sehen wir zum einen, dass wir hier jetzt auch das Untermenü Slow-Mo glatt haben. Wenn du weiter unten im Menü das Untermenü Video-Qualität aufrufst, das nur verfügbar ist, wenn ein Clip neu getimt wurde, kannst du sehen, dass die Qualitätsstufen von schnell bis optimal umbenannt wurden, wobei ihre bisherigen Namen in Klammern stehen. Wie wir sehen können, sind alle regulären Langsam-Vorgaben immer noch auf die niedrigste Einstellung Untergrenze voreingestellt. Diese Einstellung bewirkt im Grunde nichts anderes, als Bilder beim Abspielen zu verdoppeln oder auf das nächste ganze Bild abzurunden. Darunter befinden sich wie bisher die anderen drei Optionen, bei denen der optische Fluss in der Regel die besten Ergebnisse lieferte, vor allem wenn die Verlangsamung auf einen sehr niedrigen Prozentsatz eingestellt war und je nach Material gar nicht so schlecht war. Als letztes in der Liste haben wir die neue Einstellung Optimal, die zwar ebenfalls optischer Fluss ist, aber durch einen neuen maschinelles Lernen gestütztes Algorithmus verbessert wurde. Mit anderen Worten, wenn du eine der normalen Langsam-Vorgaben verwendest, ist die Standard-Qualität schnell und du kannst sie auf eine der anderen fünf Qualitätseinstellungen umstellen. Wenn du eine der neuen Slow-Mo glatt-Vorgaben wählst, ist die Qualität standardmäßig auf Optimal eingestellt, also auf den Algorithmus, der durch maschinelles Lernen verbessert wurde. Um einen Vergleich zu den bisherigen Einstellungen zu haben, wählen wir den optischen Fluss als Qualitätseinstellung und warten darauf, dass er analysiert und gerendert wurde, was ich hier beschleunigen werde. Und obwohl es normalerweise ohne Rendern abgespielt werden kann, solltest du in der Regel rendern, um sicherzugehen, dass du auch das Endergebnis siehst. Ich habe diesen Clip ausgewählt, weil er ein klassischer Fall ist, bei dem es wenig Kontrast zwischen den Personen und dem Hintergrund gibt, vor allem bei dem Mädchen auf der rechten Seite und ihren Haaren. Das ist in der Regel ein Rezept für ein unbefriedigendes Ergebnis mit optischem Fluss. Der optische Fluss folgt nämlich nur einzelnen Pixeln und nicht den eigentlichen Objekten von Bild zu Bild. Er folgt im Grunde ihrem Fluss über die Bilder hinweg. Bei größeren Helligkeits- oder Farbveränderungen hat er jedoch Probleme. So zum Beispiel bei blinkenden Lichtern, schnellen Kamerabewegungen oder Objektverdeckungen, also wenn ein Objekt ein anderes überlagert. Ich habe auch den Verdacht, dass diese Option nur noch aus Kompatibilitätsgründen besteht, also um ältere Projekte nicht zu gefährden. Wenn wir den Clip nach dem Analysieren und Rendern abspielen, können wir sehen, dass das Ergebnis nicht völlig unbrauchbar ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden die typischen Problembereiche deutlich. Wenn die Pixel nicht leicht zu unterscheiden sind, weil sie über mehrere Bilder hinweg gleich sind, verliert es die Übersicht oder verwechselt benachbarte Pixel mit denen des vorherigen Bildes und interpoliert die Positionen falsch, was zu Fehlern bei der Berechnung der Position beziehungsweise des Bewegungsflusses führt. Der Arm des Mannes weist zum Beispiel manchmal starke zeitliche Art Fakte auf, weil der optische Fluss einzig auf der Verfolgung der Pixelbewegung beruht und wenn ein Objekt ein anderes verdeckt, hat er Schwierigkeiten, die Bewegung sowohl des einen als auch des anderen Objekts genau zu schätzen. Möglicherweise, weil er auch unscharf ist und hat daher einen schlechten Kontrast, der sich auch in Bereichen wie seine Nase zeigt. Und wenn er hinter ihr vorbeigeht, sind sowohl ihre Haare als auch seine Konturen merklich verzerrt und verschmelzen gewissermaßen miteinander. Um zu sehen, wie das neue maschinelle Lernen im Vergleich abschneidet, kopiere ich den Clip, in dem ich ihn mit gedrückter Optionstaste ziehe, wähle die Kopie aus und stelle die Qualität auf die neue, verbesserte optische Flussanalyse mit maschinellem Lernen ein. Und auch wenn das mit dem optischen Flussalgorithmus analysiert wird, einfach gesagt erkennt und verfolgt das maschinelle Lernen aber obendrein Objekte im Video. Im Prinzip also das Gleiche wie bei der Maske zum Entfernen einer Szene, nur in diesem Fall, um objektspezifische Geschwindigkeitsanpassungen zu ermöglichen. Wie wir noch sehen werden, ist sie daher viel besser in der Lage, Dinge wie zum Beispiel das oben erwähnte Problem mit Überdeckungen zu lösen. Nach der Analyse und dem Rendern können wir sehen, dass das Ergebnis zwar sicher nicht perfekt ist, aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass es insgesamt exponentiell besser ist. Sein Arm und seine Nase sind durchgängig praktisch unverzerrt und ihr Haar wird viel weniger davon beeinflusst, dass er hinter ihr vorbeigeht. Wie viel besser dieses Objekt und nicht rein pixelorientierte Retiming ist, zeigt sich noch viel deutlicher bei diesen beiden Clips von einigen Kindern auf ihren Scooter und einer viel extremeren, meist viel zu extremen Geschwindigkeitsreduzierung. In diesem Fall habe ich eine Temporampe angewendet, um die Sprünge zu betonen und sie auf 10% verlangsamt. Etwas, das ich normalerweise nicht einmal in Betracht ziehen würde, wenn ich es nicht entsprechend aufgenommen hätte. Auch hier zunächst ohne Qualitätsänderungen, also ohne Zwischenbilder. Das ist eindeutig nichts, was man verwenden würde. Bei den Clips, mit denen nur der optische Fluss verwendet wurde, kann man sehen, warum eine Reduzierung auf 10% undenkbar bzw. unbrauchbar gewesen wäre. Die zeitlichen Artefakte sind massiv. Sowohl die Rampen im Vorder- als auch im Hintergrund sind großflächig verzerrt und das Kind auf dem Roller im Hintergrund ist das größte Verzerrungsopfer. Und an der Erkreuzung zwischen den beiden, während sie sich überdecken, ist es am schlimmsten. Wie gesagt, eine so drastische Reduzierung der Geschwindigkeit ist und war normalerweise undenkbar. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das neue Retiming mit maschinellem Lernen im Vergleich zu diesem zweiten Clip schlägt, den ich bereits analysiert und gerendert habe. Auch bei dieser extremen Geschwindigkeitsreduzierung ist das Ergebnis nicht perfekt oder unauffällig, aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass es um ein Vielfaches besser ist, als der optische Fluss alleine. Es gibt kaum Verzerrungen auf der Rampe und das Kind im Hintergrund ist während des gesamten Clips nahezu perfekt. Selbst wenn er hinter dem Kind im Vordergrund vorbei geht, sind die Artefakte fast nicht vorhanden. Die Analyse des maschinellen Lernens sorgt also für eine viel bessere zeitliche Konsistenz und erzeugt Zwischenbilder, die den gesamten Bewegungsfluss viel besser aufrechterhalten als der optische Fluss allein. Natürlich hängt es immer von vielen Faktoren wie dem Inhalt und dem Grad der Geschwindigkeitsreduzierung ab, wie gut es aussehen wird. Übrigens kann dies auch beim Beschleunigen von Clips verwendet werden, um den Bewegungsfluss zu verbessern. Hier sind noch ein paar weitere Tests, die meiner Meinung nach den großen Unterschied zwischen den beiden Methoden deutlich machen. an der Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn auch diese sicherlich nicht perfekt sind, finde ich die Ergebnisse für den rennenden Hund zum Beispiel besonders erstaunlich, oder? Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon hält. Ich würde sagen, die einzige Möglichkeit dies noch zu verbessern, ist tatsächlich mit der benötigten Bildrate aufzunehmen. Das Ganze gilt übrigens auch für eine andere Funktion in Final Cut Pro, die den optischen Fluss nutzt und von der ich das Gefühl habe, dass nur sehr wenige Leute überhaupt etwas wissen. Die sogenannte Ratenanpassung. Diese Option wird aktiv, wenn die Bildrate eines Clips von der Bildrate des Projekts abweicht, vor allem wenn diese Bildraten nicht gerade sind, also nicht durch zwei teilbar sind. Zum Beispiel ein Clip mit 30 Bildern pro Sekunde in einer Timeline mit 25 Bildern pro Sekunde oder andersherum. Am auffälligsten ist dies dann bei schnellen, linearen Bewegungen wie einem schnellen Kameraschwenk. Du wirst oft ein rhythmisches Stottern sehender Final Cut Pro auch hier standardmäßig die Untergrenze-Qualität verwendet, um die Bildrate des Bildes an die des Projekts anzupassen. Und da die Methoden des Frame Samplings schon immer die gleichen waren wie beim Retiming von Clips, hattest du bisher auch hier den optischen Fluss als Option. Und jetzt gibt es auch hier das neue maschinelle Lernen. Als Beispiel habe ich dieses Projekt auf 50 Bilder pro Sekunde eingestellt und einen Clip mit 25 Bilder pro Sekunde eingefügt. Mit anderen Worten, er hat nur die Hälfte der Bilder pro Sekunde als das Projekt. Wenn ich den Clip auswähle und unten im Video-Informationsfenster nachschaue, sieht man, dass die Ratenanpassung-Einstellung aktiv und auf die Standardeinstellung schnell oder unter Grenze gesetzt ist. Wenn ich mit der Rechtspfeiltaste Bild für Bild durch die Timeline gehe, sehen wir, dass Final Cut einfach jedes Bild zweimal anzeigt. Wenn wir jetzt die anderen Optionen überspringen und den optischen Fluss einstellen, wenn wir den Clip noch einmal durchgehen, sehen wir, dass jetzt Zwischenbilder erzeugt wurden, genau wie beim Retiming. Bei der Wiedergabe sieht das Ganze zwar super aus, aber ein Blick auf die Zwischenbilder zeigt, dass dies ein großartiges Beispiel für etwas ist, mit dem der optische Fluss selbst Probleme hat, wie ich bereits erwähnt habe. Größere Helligkeitsänderung zwischen den Bildern, in diesem Fall das blinkende Licht. Wenn ich das Licht auf dem Überrollbügel des Autos beobachte, während ich durch den Clip gehe, scheint es sich hin und her zu bewegen. Auch der Überrollbügel selbst ist manchmal ziemlich verzerrt. Ich vermute, das liegt daran, dass der Überrollbügel nicht gut genug von den Bäumen im Hintergrund unterschieden werden kann. Wenn ich nun die Radanpassung auf optimal beziehungsweise maschinelles Lernen umstelle und den Clip wie zuvor durchlaufe, sehen wir, dass das Auto, Rollbalken, Licht und alles andere vom Algorithmus als Einheit erkannt und interpoliert wird und nicht nur als Pixel. Die Zwischenbilder, die jetzt erzeugt werden, sind viel besser und einheitlicher. Das Licht bewegt sich kaum noch und der Überrollbügel ist im gesamten Clip fast völlig unverzerrt. Sehr schön. Das wird sogar noch viel deutlicher, wenn ich diesen Clip auch einem Retiming unterziehe. Nachdem ich wieder auf optischen Fluss umgeschaltet habe, kann ich den Retime Editor verwenden, um ihn auf 25% einzustellen. Dann erstelle ich mit Shift-H ein Haltesegment an dem Punkt, an dem das Auto der Kamera am nächsten ist, füge einen Tempoübergang an jedem Ende des Haltesegments hinzu und spiele es ab. Wieder sind das Licht und der Überrollbügel stark verzerrt, vor allem während des Übergangs zum und vom Haltesegment. Wenn wir es nun auf das maschinelle Lernen umschalten und es noch einmal abspielen, sehen wir, wie viel stabiler und konsistenter es ist, was zu einem viel besseren Bewegungsfluss führt. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich nicht einmal die Qualitätseinstellungen des Clips geändert habe, wie man es eigentlich erwarten würde ich müsste. Das liegt daran, dass sobald entweder das Retiming oder die Ratenanpassung auf eine beliebige Bildsampling-Methode umgestellt wurde, diese miteinander verknüpft sind. Wenn du also zum Beispiel die Ratenanpassung auf Normal zurückstellst, wird auch die Qualität auf Normal zurückgestellt und das Ergebnis sieht entsprechend aus. Was denkst du also? Bist du von den Ergebnissen genauso beeindruckt wie ich? Schreib uns gerne deine Meinung und eventuelle Fragen in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gibt es davon viel mehr. Abonniere den Kanal für weitere Tipps und Tricks zu Final Cut Pro und drücke den Like Button, um mich wissen zu lassen, dass du gerne mehr sehen möchtest. Wenn du tiefer in die weiteren Funktionen und Änderungen von Final Cut Pro eintauchen möchtest, schau in die Playlist oder das vorherige Video hier an, wo ich dir die neue Licht- und Farbe-Verbessern-Funktion erkläre oder das nächste über die erweiterte Timeline-Suche. Vielleicht entdeckst du noch etwas weiteres, das du nicht wusstest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!